Na gut, da lässt ein paar Ecken stehen, aber es ist ja kein Problem. Das kann er ja machen. Nice! Boah, geil! Ich bin gerade ein bisschen stolz. Da muss ich gerade mal grinsen. Da bin ich... Also... Bin gerade ein bisschen stolz, das muss ich schon sagen. Also... Huch, was mach ich denn hier, Alter? Furchtbar. Ich fahr wie der letzte Hempel. So. Dann können wir hier nämlich schön anziehen. Und der Curseplay-Verraum macht uns mal den Grobermann da hinten. Cool. Nice. Frag mich. Finde ich gut. Finde ich extrem gut. Cool. So. Ja, komm. Pack doch der Hund drauf. Ich fahr hier einfach mal geradeaus hoch. machen wir einfach mal... die untere Ecke machen wir einfach mal zum Schluss. Machen wir hier ein bisschen Vorgebinde. Einfach. Ja, ich fahr mit dir, du Dusch. Okay, langsam. Ach, hoch. Höch, höch und noch höher. Okay, wieder runter mit dem Ding. Zack. Okay. Nice. Boah, ich bin... Freue mich gerade ein bisschen. Freue mich gerade mit dem Curseplay-Verraum. Dass es... doch funktioniert hat. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das... äh, dass es so gut funktioniert. Dann doch. Hätte ich nicht gedacht, aber... So. Ja. Doch ganz gut. Hat dann doch ganz gut funktioniert. Freue ich mich. So. Weiter geht's. Ich schau mal. Ja. Schöne Thumbnail machen hier. Zack. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Das Problem ist halt... Ich würde das hier jetzt auch mit Curseplay-Fahrer theoretisch machen. Aber dann kann ich nichts... Dann kann ich nichts machen. Dann sitze ich... Oh, Alter. Alter. Da hat's gerade geblitzt. Alter. Wann da los? Wann da los? Da ja. Hat man das eigentlich? Hat man das gehört? Was gerade ge... Donner... Alter. Oh. 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 Ach, du Schande. Ich feier ja sowas. Ich feier sowas. Ich bin so ein... Ich liebe Stürme. Also gerade so Gewitter oder was weiß ich, so Tornados und sowas. Ich feier das. Ich feier das mega. Alle sagen immer... Alle sagen immer... Na, gib bitte. Na, hab ich aber Angst. Na, geht nicht, geht nicht, geht. Alter, ich feier so. Ich feier so, wenn's gewittert. Ich bin ein Freund davon. Ey, das... Ich feier das so hart. Bah, Baum. Schnell rückwärts. So. Dann feier ich doch dann dann... Doch mal wieder hier hin. So. Ui. Kannst du kogeln wie ein Ochs hier am Lenkrad, ey. So. Dann machen wir zweimal vorgewendet. Dann fahr ich hier gleich hoch und runter. Also. Hm. Hä. Weiß, was ich mein. Dann müssen wir theoretisch auch gleich wieder die Zählmaschine auffüllen. Dauert noch ein bisschen, aber... Bald. Dann. Weil die schon bei 34... ...Prozent... ...geht ja dann genau 100... ...Liter rein. Oh gut. Bei 100... Ja. Liter wird es, glaube ich, wäre ich. Kann es sein. Ich weiß es gar nicht. Wie das in echt berechnet wird. Ich glaube, ein Liter. Ich weiß es nicht. Ja. Das Feld gefällt mir richtig gut. Das Feld ist eigentlich relativ nice. Ich mag so Felder, die ich komplett gerade... Ne. Mag ich nicht so. So ein Feld so hier schön mit Steigung und so... Gefällt mir. Gefällt mir. Mag ich. Mag. So. Einmal hier rum. Und einmal wieder rum. In die Enderrechte. Und... ...wieder zurück. So. Zapf vorab. Diegel ab. Das ist wunderschön. Hier. Pass mal auf. Ich lasse mal ganz kurz den Helfer hier... ...ganz kurz fahren. Schauen wir mal, wie es bei dem Herrn hier läuft. Ja gut. Ein paar Sachen bleiben jetzt stehen. Aber das ist halt... Ne. Okay. Was haben wir jetzt genommen? Wir haben es... Westen genommen. Dann müssen wir nächstes Mal... ...theoretisch... ...das Westen dann... ...ja. Da müssten wir nächstes Mal... ...theoretisch Süden oder... ...Norden nehmen. Okay. Okay. Das bleibt jetzt frei. Ja gut. Ist egal. Solange das funktioniert... ...ist mir das gerade egal eigentlich. Das können wir nachher selber machen. Das funktioniert ja relativ gut hier. Gerade im Moment. Ah, nice. Das funktioniert. Wunderbar. So, den hier könnte ich eigentlich auch... ...arbeiten lassen. Theoretisch. Aber ich habe nichts... ...was ich nebenher machen kann. Das ist das Problem. So. Das ist jetzt nur ein Schimpfsetzimmer. Ne. Ne. Okay. Ähm. So. Dreh dich schon mal schön. Helferlein. Dann steige ich gleich wieder ein. So. Helfer aus. Dann fahre ich ja das selber. Zack. Rögtbar. Ach, ich habe nichts mehr drin. Und gerade warum funktioniert das nicht mehr? Super. Danke, Helfer. Vielen Dank auch. So. Das ist übrigens Maus umgucken. Und das ist Controller. Das hier ist Controller. Also. Das ist Side Panel. Und das ist hier die Maus. Wenn ich so umgucken würde. So. Dann dringen wir hier kurz rein. So. Staub. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ob wir noch einen Trecker kaufen können. Einen kleinen. Theoretisch. Pass mal auf. Wir brauchen für den Düngerstreuer brauchen wir... Steht nicht mehr dran. Da steht nicht mehr dran, wie viel PS der braucht. Na gut. Ich schaue mal ganz kurz, ob wir einen billigen Trecker haben. Okay. Boah. Puh. Sind alle ziemlich teuer. Okay. Einen von den... Von den Älteren hier. Was ist denn der? Was hat der? Okay. Dann würde ich aber theoretisch dann... Die hier zurückgreifen. Was hat... 20... 38... 40... 55... Was hat 72... Was hat 72... Ich frage einfach gar nicht. Ich frage einfach gar nicht mehr. Ich glaube, ich kaufe mit den Hörlimann. Oder eine Hatz. Hörlimann. Hatz. Hörlimann. Hatz. Hörlimann. Ich weiß gar nicht, was er jetzt gekostet hat. Ja gut. Geht. So. Dann haben wir den hier schön aufgefüllt. Jetzt haben wir nämlich noch einen dritten Träger. Jetzt kann der hier... Eigentlich... Theoretisch... Ach. Mein lieber Helfer. Könntest du nicht mal... Mir mal das Feld da säen. An säen. Das wäre sehr nett. Von dir. Sehr nett. Ich schaue noch ganz kurz, ob er gerade fährt. Ob er sich irgendwelche Kurven reinzieht. Aber das sieht so weit in Ordnung aus. Das sieht so weit in Ordnung aus. Hat er eigentlich da hinten genug Platz? Dann zum Wenden. Später. Wird er nicht haben. Er wird festhängen. Nein oder nicht. Okay. Sehr gut. Cool. Dann haben wir hier noch einen neuen Träger. Den Hörlimann. So. Ich mache mal wieder ganz schicke Bilder. So. Okay. Cooles Geräusch. Huch. Alter. Dieser Eimer nicht auf den Weg geguckt. Bin schon verkackt. Dieser. So. Dann haben wir hier den wunderschönen Hörlimann. Und mit dem werden wir jetzt alles düngen. Dann können wir die zwei Hälfte machen lassen. Und wir düngen einfach. Wunderbar. Nice. So wird es gemacht. Und jetzt haben wir natürlich weniger Geld für ein Dingens. Für ein Ladewagen und Schneidwerk. Aber gut. Komm. Geiz ist geil. Deswegen ist es nicht geil. Okay. Ich hätte vielleicht doch den Original nehmen sollen. Naja. Jetzt ist es zu spät. Dann mal den. Der wird er nicht festhängen oder was? Ernsthaft. Der. Der ist nicht fertig. Wurschli. Hast du was übersehen? Du bist nicht fertig. Du bist nicht. Fertig. Stein. So. Nein. Nicht ausmachen. Einmal runter damit. Dann ziehen wir hier noch eine Linie. Vielleicht da noch zwei. Weiß ich nicht. Was ist der jetzt theoretisch lang oder nicht? Was macht der jetzt? Du machst das jetzt Helfer? Kapiert. Ich zahl dir ja auch was. Wursch. Spartaner. Wer nicht. Wer nicht. Was ist bei ihm aus? Wunderbar bei ihm läuft. Dann müssen wir auch mal ganz kurz was gucken. Äh. Sorry. Da nehme ich doch lieber den originalen. Tut mir dann doch lieber leid. Da nehme ich dann doch lieber den originalen einfach. Nein. Boah, Alter. Alter, das ist so dicht. Komm mal auf. Pst. Hohohohoho. Alter. Alter, wenn man das jetzt nicht gehört hat in der Aufnahme. Das hat man sowas von gehört. Alter. Alter, hier geht die Post ab, das kann ich dir sagen. Ey, boah. Hohoho. Alter Schawede. So. Der gefällt mir dann doch um einiges besser. Schon allein wegen der Lenkung. Ich lasse einfach mal ein bisschen die Musik aus. Da können wir so ein bisschen hören. Ich finde das gerade ein bisschen spannend. Also, was heißt ein bisschen? Ich finde es gerade ein bisschen eigentlich spannend. Vielen Dank.